Eine Sprecher-Website ist dafür da, für dich Kunden zu gewinnen. Die meisten machen aber sehr, sehr viele Fehler und ich habe in diesem Video hier mal die drei häufigsten Fehler für dich zusammengefasst und würde dich bitten, mach sie niemals. Versuch sie zu vermeiden. Wir fangen direkt mit dem ersten an. Viele bauen ihre Website so auf, dass sie einen selber Bauch pinselt. Ja, die haben eine Rubrik über mich oder Widmung oder irgendwas, wo sie quasi über sich selber, sich selber so ein bisschen beweihräuchern und nicht das, was sie für den Kunden machen können. Du darfst niemals denken, dass deine Website wie ein Schaufenster ist für dich und deine tolle Persönlichkeit. Und ich meine das gar nicht persönlich im Sinne von, ey, du bist nicht cool genug und deswegen darfst du nicht über dich reden. Das Problem ist nur, den Kunden juckt das nicht, dass du 1994 in Berlin an der Schauspielschule gelernt hast. Das ist dem komplett egal. Der hört doch in deinem Demo, bist du gut oder nicht. Das ist das, was den juckt. Der zweite große Fehler ist, vom Equipment zu reden. Also viele sagen dann, ja, ich habe das rote so und so, ich habe das, keine Ahnung, so und so ein Studio, ich habe die und die Schaumstoffmatten. Das juckt einfach niemanden. Also wenn du draufschreibst, ey, ich habe das so und so ein Mikro, das ist wie, wenn du ins Restaurant gehst und die quasi auf die Karte schreiben, hey, unsere Pfanne ist Teflonbeschichtet und unser Ofen, der heizt auf bis zu 400 Grad, interessiert einfach keinen. Hauptsache, das Essen schmeckt. Erzähl nicht von deinem Equipment, erzähl davon, was der Kunde davon hat, dich zu buchen. Und das dritte ist, und das finde ich eigentlich super crazy, weil ich gedacht habe, das wäre selbstverständlich, kein Kontaktformular zu haben. Also es gibt wirklich Leute, die haben dann irgendwie ganz versteckt irgendwo ihre Handynummer stehen oder eine E-Mail und dann müssen die Kunden, wenn die dich buchen wollen, auf die E-Mail klicken und dir schreiben. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Leute, mach es deinen Kunden so einfach wie möglich. Stell dir vor, der Kunde ist wie so ein Goldfisch, der kommt da reingeblubbert und wie soll der denn zu dir kommen? Viele brechen da schon ab, weil die nicht checken, dass die auf die E-Mail klicken können und sich dann ihr E-Mail-Programm öffnet. Manche haben gar kein E-Mail-Programm. Da öffnet sich nicht GMX und die sind eingeloggt und können dir direkt was schreiben. Bau ein Kontaktformular. Jeder Website-Baukasten. Jimdo, über WordPress, super easy. Egal, wo du deine Website hast, mach ein Kontaktformular. Und mach aber auch nicht irgendwie Name, Handynummer, Betreff, Adresse, keine Ahnung, Schuhgröße, sonst irgendwas. Frag einfach nur nach dem Namen, frag nach der E-Mail, aber ohne, dass es notwendig ist, also ohne dieses Sternchen und eine Nachricht. Das war's und senden. Mach es dem Kunden so einfach wie möglich. Der Kunde will einfach nur zu dir kommen und sagen, ey, klingt gut, buche ich, alles klar, tschüss. Also, wenn du dir nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann bitte die Tatsache, dass diese Website nicht für dich ist, um dein Ego irgendwie nach oben zu treiben. Du bist toll, so wie du bist, sonst würde du dieses Video nicht schauen, vor allem nicht bis zum Ende. Und du musst dich nicht selber Bauchpinseln mit deiner eigenen Website. Ich weiß, für viele ist das dann total toll. Oh, ich hab eine Website und dann schreiben sie ihre halbe Lebensgeschichte da rein. Mach das nicht. Die Website ist für die Kunden und nicht für dich. Alles klar? In dem Sinne, wenn du selber als Sprecher starten möchtest und du eine Website haben möchtest, die dir tatsächlich Kunden bringt und wo Leute draufgehen und sich denken, geil, die Person will ich buchen, dann geh jetzt auf www.goldenvoiceacademy.de. Auch dort wirst du sehen, wir machen es dir so einfach wie möglich, dich bei uns einzutragen. Und dann trag dich doch einfach mal ein zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Weil dort erkläre ich auch dir, beziehungsweise erklären wir dir eben, wie auch du als Sprecher oder Sprecherin starten kannst. Komplett von Null. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, auch deinen Namen dort zu sehen. Und vielleicht sprechen wir zwei uns auch bald mal persönlich. In dem Sinne, mach's gut und viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos.